So, hallo! So, nun auch hier nochmal vom PC-Schneidetisch aus. Ja, ich bin hier schon vom Lennepa-Bahnhof aus gestartet und jetzt muss ich leider einer blöden Umleitung folgen, weil man da rechts, wenn man da langgefahren wäre, da ist eine Brücke und die muss wohl irgendwie saniert werden, neu gemacht werden. Ich weiß es nicht. Ja, und eben da fehlt jetzt wohl die Spur hier, auf die ich jetzt hier wieder auftreffe, aufbiege für diesen Fahrradweg. Ja, jetzt unterqueren wir hier die Hauptverbindungsstraße zwischen Remscheid-Lennep und die nach Remscheid-Zentrum führt. Das ist hier so Trecknasengebiet für die Einheimischen, denen was vielleicht das etwas sagt. Ja, dann unterwegs die Kraniche und hier rechts vielleicht ein ehemaliges Überbleibsel, beziehungsweise ein Überbleibsel aus der ehemaligen Bahnzeit, als hier noch die Bahn fuhr. Also, vielleicht ein ehemaliger Güterschuppen? Naja, man weiß es nicht. Mich wundert ja eh immer, dass da noch solche Altbestände tatsächlich irgendwie noch vorzufinden sind. Ist ja immer irgendwie doch ein bisschen interessant, so bahnhistorisch. Ja, und hier war ich jetzt gerade in der Unterstellhütte, links, und hier biege ich jetzt gleich ab, weil geradeaus geht es nach Olpe, äh, Quatsch, nicht Olpe, Obladen. Hört sich so ähnlich an, hört sich so ähnlich an, obladen, und da, wo ich jetzt langfahre, wie gesagt, das ist hier der Abbiegepunkt gewesen, wo sich die Strecke dann teilt. Hier runter geht es denn jetzt nach Hückelswagen. Und wer denn mag, kann dann natürlich da unten weiterfahren. Ab Hückelswagen ist man dann, befindet man sich dann auf Wuppahöhe. Und, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es ab Hückelswagen oder Wippah führt, wie der Name schon sagt, von dem Städtchen Wippah führt. Dort heißt die Wuppah nämlich spätestens dort, ab dort, Wuppah aufwärts, nicht mehr Wuppah, sondern eben Wippah. Aber, ja, ich bin hier auch schon an einem interessanten Punkt angekommen, über den ich hier auch schon ein Video gemacht habe. Leider hat man hier den Tunnel abgerissen und, ja, ich habe da mal ein Video gemacht, da hätte man so eine schöne Brücke einsetzen können. Oder sowas ähnliches, wie auch immer. Aber, nee, da musste man ja dann schnell, ganz schnell wieder die Brücke bzw. den Tunnel abbaggern, damit der Verkehr besser fließt. Ja, darüber gibt es dann auch einen Zeitungsartikel. Mal sehen, ob ich euch den Link rein stelle. Dafür muss man dann hier 18% runterfahren. Ich hoffe, ihr habt gute Bremsen. Schlimmer noch ist es natürlich, wenn man das in umgekehrter Richtung hier hochfahren will. Also, das ist schon ganz schön heftig. Und vor allen Dingen dann ziemlich blöd, hier unten, wenn man hier diese vielbefahrene Landstraße, Bundesstraße, ich weiß jetzt nicht, was es ist, queren muss. Und vor allen Dingen nicht sehr kinder-, familienfreundlich. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das hier früher ausgesehen hat. Ich bin hier nämlich auch noch mit dem Auto hier gefahren. Das war, wie gesagt, dieser Tunnel. Und das war so ein bisschen nur für eine Verkehrsrichtung mit Vorfahrt. Also, es war ein bisschen eng, aber okay. Man hätte ja da vielleicht, wenn man eh schon die Schneise hat, man da abgebaggert. Ich habe mir da den alten Zeitungsartikel angeschaut. Und ja, da hätte man zwei Betonbrückenlager neu machen können und das Ganze etwas breiter. Aber gut. Ja, hier hat mich dann ein Bio-Biker überholt. Ein Zwinker-Zwinker. Und hier geht es dann in den Tunnel, der auf der Strecke ist. Der ist auch nicht gerade sehr kurz. Hier links sind die Fledermaus-Schutzwände. Oder der Raum, der geschaffen worden ist für die Fledermäuse. Und hier rechts ist ziemlich viel abgeholzt worden. Ja, ihr seht ja, die Frage, die ich eingeblendet habe, ob das immer so sein muss. Naja. Ja, und hier zu linken ist dann auch schon der Blick nicht gerade unbedingt frei durch das Gestrüpp hier auf die Wuppertalsperre. Die ist, wie gesagt, sehr lang und sehr länglich gezogen. Und erstreckt sich dann quasi von Hülkeswagen. Ja, hier dann noch ein Hund auf der, mitten auf der Radwegstrasse. Ja, ich bin ja Hundefreund und deswegen fahre ich da auch entsprechend langsam. Ja, wie gesagt, Hülkeswagen, ich komme. Hallo, hallo. Und ja, ich spule jetzt mal ein bisschen schneller vor. Das ist nämlich der Kreisverkehr. Und ja, und hier, wo es dann zum Aldi geht, eine kleine Gedenkstätte hier an die ehemalige Bahntrasse. Und dann geht es hier auch jetzt in die niedliche Innenstadt hier von Hülkeswagen. Hier die Einkaufszone, Einkaufsmeile oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier da schon durchgeradelt. Und hier links noch ein Restaurant, wo man sich dann was zu essen, wenn man da ist im Sommer, sind da auch Stühlchen draußen. Da kann man auch draußen, also Außengastro. Und das hier ist jetzt also die Fußgängerzone. Was ich schön finde, ist eben auch hier dieses alte Pflaster, was da noch vorhanden ist. Das finde ich sehr schön. Ich wollte also mal hoch hier zu dem Schloss und ihr seht auch so viele schöne Schieferhäuschen, die so typisch sind für das Bergische. Und hier links ein Kirchlein, die Pauluskirche von Hülkeswagen und dann kommen wir hier zum Schloss von Hülkeswagen. Ja, das ist der Blick hier Richtung Hülkeswagen Zentrum. Ladesäule gibt es hier tatsächlich auch, also für die Bedienstete im, weil hier ist es nämlich eigentlich auch der Ratssitz. Also hier ist glaube ich auch Verwaltung der Stadt Hülkeswagen und der Sitz vom Bürgermeister. Ja, man hat so gehört in den Medien, also hier so im westdeutschen Fernsehen, dass da wohl auch irgendwas gemacht oder geplant werden soll für zugänglich, bla bla, Kaffee etc. Ich weiß nicht, was die da vorhaben. Ja, hier durch, wieder durch die Fußgängerzone bin ich dann wieder runter und hier zu dem schönen Kaffee. Da wollte ich dann mir einen leckeren Kaffee trinken. Das habe ich dann auch hier gemacht. Leider kann man ja hin oder darf man ja eigentlich nicht filmen, nur wenn man rausguckt. Ja, und ihr seht, ich habe mir hier einen schönen Marzipankuchen gegönnt mit leckerem Kaffee. War sehr lecker. Kann ich euch wärmstens empfehlen, dort dann mal ein Päuschen zu machen. Ja, das war die Landbäckerei Bauer und hier gibt es tatsächlich, da war noch ein Lego-Fachladen, wollte ich hier auch nochmal drin lassen. Jetzt bin ich hier wieder auf dem Rückweg durch die kleine Einkaufszone von Hülkeswagen. Ich spule das jetzt mal ein bisschen schneller vor und jetzt bin ich hier auch schon am Einlauf der Wuppertalsperre. Die beginnt also, wie gesagt, hier direkt quasi, also ich würde das jetzt hier so mal bezeichnen, dass das ab hier so beginnt. Und ja, eigentlich hat man die Wuppertal hier aufgestaut, der Länge nach, so wie sie fließt. Da gibt es dann eben auch einige Vorsperren. Also das ist so ein bisschen, als wenn die Wuppertal zu einem breiten, ja, fast schon wieder rein breit ist. Also das ist recht unterschiedlich. Ich komme natürlich auch immer auf den Füllgrad an. Ja, eine kleine Empfehlung an dieser Stelle. Ihr seht, das ist hier sehr eng. Radfahrer sollten da Rücksicht nehmen. Am besten fahrt ihr über diese blaue Brücke, die ich kurz vorher eingeblendet hatte, rüber und fahrt auf der anderen Seite lang. Da ist der Weg viel breiter. Jetzt ist es relativ entspannt hier. Ihr seht ja, ich kann hier langfahren, längere Stücke, beziehungsweise fast ganz durch. Und eben nichts los. Und das wird sich allerdings natürlich dann schon noch ändern. Ja, so wie der Frühling und etwas wärmere Temperaturen sind, ist das natürlich dann wieder vorbei. Ja, wie gesagt, die Wuppertalsperre ist sehr lang, hat aber auch, ist wohl die größte hier, kann man sagen, im Bergischen Land. Auch vom Fassungsvermögen, würde ich sagen. Ja, hier geht es jetzt übrigens ein Stückchen kurz steil bergauf. Ja, ich bin gerade mal dabei, die Länge mal für euch, also sie ist sehr länglich, ist also keine Talsperre, die großartig in die Breite geht. Und hat eigentlich, ja, auch ein paar Seitenarme. Das sind dann die Bächlein, die Täler, die da so in den Tälern, die Bäche, die da runterkommen und dann eben dort hineinfließen. Ja, hier ist jetzt quasi ein Wehr, oder man könnte sagen, eine Trennung von Vorsperre und dann nächst tiefer gelegener Staustufe oder wie man das nennt, keine Ahnung. Ihr seht, da ist jetzt hier am 15. Februar ganz gut was los. Es hat ja diesen Winter sehr viel geregnet und also man kann eigentlich sehr froh sein, dass wir hier im Bergischen diese große Wuppertalsperre haben. Trotzdem auch natürlich da in Wuppertal-Ballenburg, weil kurz hinter der Hauptstaumauer von dieser Wuppertalsperre ist Wuppertal-Ballenburg nicht sehr weit. Und das wurde ja dann leider auch ein bisschen überflutet. Aber gut, das ist natürlich eine Frage. Man muss sich erst mit den veränderten Wetterbedingungen, mit der ganzen Steuerung und wann man was ablässt etc. Ja, hier übrigens, das war sehr schön, kommt jetzt auf dem Bild hier, auf dem Video auch gar nicht so richtig rüber, glaube ich. Sehr schön, die Sonne, die da hinterm Horizont war, ganz toll. Sie hat mich dann doch am 15.02. hin und wieder doch mal, hat sie sich blicken lassen oder man konnte sie erahnen. Es war so ein richtig schöner, schönes Abendrot dann noch stellenweise. Werdet ihr gleich auch nochmal eins sehen. Ja, hier die Stelle fand ich auch ein bisschen blöd, ob das jetzt hier, also es ist offiziell als Radweg ausgewiesen. Ja, hier links natürlich noch Schäfer und so ein bisschen entsprechende Schaf- und Ziegen- oder was weiß ich, Pferdewirtschaft. Ist ja immer ganz schön anzusehen, freut mich auch immer. Finde ich immer toll, dass es das noch gibt. Ja, dann kommt man hier zu einem großen Aussichtspunkt. Also das heißt großen, tollen Aussichtspunkt von hier oben. Hat man dann also einen ganz, ganz tollen Blick auf die Talsperre und ja, sollte man genießen. Ja, übrigens an der Stelle, ich blende ja immer schon mal ein, die Fotos, die ich mache, die sind dann auf Komoot auch zu finden. Und da findet ihr auch die Tour. Der Link ist bekanntlicherweise, hoffentlich hat es sich so besprochen, immer unter dem Video im Text. Hier fahre ich aber jetzt nicht her. Aber sicher ein interessanter Trail für die, ja, für die Leute, die gerne querfeldein fahren. Dann ist doch mal ein Trail hier. Ja, ich habe mir das da mal angeguckt. Natürlich ist das eigentlich für Wanderer gedacht und nicht unbedingt für die Mountainbiker. Naja, aber gut, da sage ich jetzt nicht viel weiter zu. Hier übrigens noch die Stelle, die ich vorhin schon angekündigt habe mit dem schönen Sonnenuntergang, der sich, der da gerade noch, wo die Sonne noch so gerade über die Baumwipfel drüber kommt. Und ja, ich finde das immer ganz toll. Und man sieht hier im Bergischen, man fährt da nur wenige Meter runter und dann ist die Sonne am Horizont futsch. Ich habe übrigens diese Tour so mal gemacht, weil sonst fahre ich die eigentlich immer andersrum. Und dann ist dieses Stück, was ich hier gerade runtergefahren bin, und relativ langsam, weil das ist sehr holprig und mit Steinen, die da alle so faustgroß rumliegen, nicht gerade sehr schön. Und wenn man das dann in umgekehrter Richtung eigentlich dann auch noch hochradeln muss, ist das noch viel schlimmer, auch trotz Pedelec und bestem Drehmoment von der Kraft her hochzufahren. Also das ist nicht wirklich schön. Deswegen habe ich mich an diesem Tag, wo ich die Tour jetzt gerade bin, entschlossen mal andersrum zu fahren. Obwohl es eigentlich viel schöner ist, die Bahntrasse dann von Hüggeswagen wieder hoch auf die Bergischen Höhen von Remscheid bis nach Lenep zu fahren. Weil das eben halt sehr gemächlich und recht gleichmäßig von der Steigung vonstatten geht. Aber gut, man kann leider nicht alles haben. Hier übrigens Kreving der Brücke. Nennt sich auch kurz Krevi. Liebevoll ausgedrückt. Die Abkürzung hier rechts ist das mit Bootsverleih und Pommes und haste nicht gesehen, Liegewiese etc. Ist übrigens, glaube ich, auch die einzigste offizielle Badestelle, wo man an der Wuppertalsperre dann auch hin kann. Ja, jetzt geht es hier ins Feldbachtal. Also ich habe mir, wie gesagt, überlegt, mal so rumzufahren. Und jetzt geht es eigentlich von Wupperhöhe rauf, immer bergrauf, sodass man dann bis nach Lenep wieder die restlichen Höhenmeter gemacht hat. Weil ich glaube, Remscheid-Lennep liegt dann am Bahnhof auch so, ich schlag mich tot, ich weiß nicht, 330, 340 Meter, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So in dem Dreh. Asche auf mein Haupt. Als Remscheider. Aber gut, wie gesagt, es geht ja auch nur darum, dass man die Steigung irgendwie gemächlich hochkommt. Und hier durch das Feldbachtal ist das gegeben. Und auch vom Belag her, wie gesagt, das ist hier zwar, ja, für die Bauern hier mehr oder weniger, die hier wohnen, hier ist jetzt keine großartige Wohnsiedlung, sodass hier entsprechend viel Verkehr zu erwarten ist. Ja, hier habe ich euch nochmal, immer noch den schönen Sonnenuntergang. Wie gesagt, wenn man hier im Bergischen unterwegs ist, gerade so spät abends, ja, in der Dämmerung, Abenddämmerung, dann, ja, in den Tälern ist die Sonne natürlich futsch, aber kommt man da noch ein bisschen höher, ist sie zwar auch fast schon weg hinter den Baumwipfeln, aber es sieht immer ganz, ganz toll aus. Und, finde ich jedenfalls. Ihr seht ja, ich habe es genossen. War sehr schön. Ja, und wie gesagt, hier das Feldbachtal sehr ruhig und bis auf den Flieger, den man dann mal da noch hört. So, und hier rechts biege ich dann jetzt ab Richtung Panzertalsperre. Und auf dem Weg dorthin. Hallo. Ja, noch ein bisschen Viehzeug. Die Hühner, die da frei schön rumlaufen können. Also, ganz schön. Und von daher, ja, jetzt hier geradeaus voraus. Eigentlich, wenn da keine Bäume wären, könnte man jetzt schön die Panzertalsperre sehen. Hier ist dann auch schon die Staumauer. Ist so eine kleine, äh... Ja, es war mal Trinkwassertalsperre. Man will es wohl auch wieder reaktivieren. Alles so ein bisschen im Hinblick auf die Klimaveränderung. Ja, dann radel ich hier eben das Bachtälchen weiter runter und quere das dann auch hier, den Bach. Und ich glaube, das ist dann auch der Lenneperbach hier, den ich jetzt, der fließt da rechts zu rechten von mir. Ist ja immer so ein bisschen praktisch, wenn es geht, dass man dann die Flüsschen und Bächlein nutzt, sofern denn da irgendwie Straßen und Wege sind, um wieder rauf zu kommen oder runter zu kommen. Ähm, das hier ist jetzt so ein bisschen parkähnlich angelegt, was ich ganz schön finde. Äh, ja, wie gesagt, Lenneperbachtal hier nennt sich das hier. Äh, ihr seht, ist übrigens auch beleuchtet hier für als Jogger, äh, Joggingstrecke hat man das gemacht. Ähm, auch ganz tolle Sache, sodass man hier auch in der dunkleren Jahreszeit laufen kann. Ja, also, wie gesagt, denkt auch daran, ähm, äh, der Link von der Tour, den findet ihr unter dem Video im Beschreibungstext. Da mache ich das ja meistens rein, da ist auch der Link zu meiner Facebook-Seite. Dort könnt ihr mich dann auch immer mal zwischendurch erreichen. Ja, jetzt hier das Stückchen ab diesem schönen Park bis zur Lenneper Altstadt, der ist nicht ganz so schön. Da könnte man radwegstechnisch auch noch ein bisschen was machen, wenigstens vielleicht mal einen aufgepinselten Radschutzweg. Auch wenn ich da nicht unbedingt Fan von bin und, äh, viel, viel sicherer fühle ich mich da auch nicht. Hier übrigens rechts noch eine schöne Gastro, der mal schön essen möchte. Äh, hier rechts wiederum dann noch eine Pommesbude. Und hier links noch einen Feinkostladen. Jetzt ist man hier, bin ich hier auf dem Lenneper Marktplatz eigentlich. Und hier geradeaus vor Kopf ist übrigens ein schönes Café. Äh, ihr seht, das ist so ein bisschen eine kleine Erhebung. Und da ist dann, kann man schön draußen sitzen. Und hier allerdings auch. Und da habe ich dann auch schon gerne mal einen Kaffee und Kuchen genossen. Ja, ich radle hier, wie gesagt, immer ganz gerne durch die Altstadt, um wieder zum Lenneper Bahnhof, wo mein Ausgangspunkt ist. Der, wie gesagt, auch gut zu erreichen ist. Und natürlich mit dem Zug, mit dem sogenannten Münchstner, äh, von wo man aus die Strecke dann starten kann. Ja, hier links jetzt eine Skulptur von Tony Craig. Und ich frage mich immer, was das Ding darstellen soll. Okay, gut. Wahrscheinlich bin ich Kunstbanause, aber irgendwie, finde ich, passt das Ding hier so gar nicht hin. Aber gut. Über Geschmack lässt sich streiten. So, ich bin jetzt hier auch wieder am Lenneper Bahnhof. Hier nochmal der Aufzug. Man kann dann da auch runter. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Ich hoffe, das kurze Homezone-Video von mir in meiner Homezone-Bereich, sozusagen, meiner Stadt, Wohnstadt Remscheid, hat euch gefallen. Und, ja, ich sag, winke, winke, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und, ja, ich sag, winke, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und, ja, ich sag, winke,lersfuhl,ski, in der Kirche.